wir machen jetzt so lange bis nachts wird und dann machen wir da ein bisschen action noch das lässt sich so glaube ich sehen glaube so kann man das lassen von hier ohne nein das sieht scheiße aus dass ich dir richtig knackig ein das ist scheiße aus da sieht es geiler aus in der mitte weil es so zent ist das sieht richtig kacke aus junge das sieht ja scheiße aus das lassen wir jetzt erstmal so und nein das sieht ja richtig kacke aus nein sieht das scheiße aus es wird nachts okay wir kämpfen eine runde hier aufpassen dass das schmerz nicht weg geht ähm ah scheiße mist kann man nicht hier hinten ein bisschen kämpfen hier aber noch glaube ich gut platz das müssen wir noch mal machen das sieht doof aus wo bleiben diese haben wir können sie noch mal fein und bohren dumm wäre die idee ja nicht so so okay jetzt aber wir müssen nur aufpassen dass wir die creeper nur einmal damit treffen vorzugsweise immer nur dann wenn da zwei sind weil sonst kriegen wir nämlich nicht das doppelte da wo kommst du näher was haben die denn verletzhosen an alter sind das gärtner toll ein da ist noch einer ist noch ein paar mehr hier ey ich würde wenigstens gerne 20 hallo zoe ich grüße dich zoe hey 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 so wieviel kriegen wir da oh da haben wir drei bekommen sehr gut ich habe Angst dass von hinten denn so ein creeper kommt und dann bops oh lass mich doch zufrieden Junge alter hat mich gerade noch getroffen ne zum schloss hin so wo sind die ganzen creeper ey das gibt es doch nicht wir müssen was essen und sonst hat sich der spaß die gleich erledigt ich bin gleich wieder da ok zoe oh was sind denn die ganzen creeper man irgendwie kommen die voll nah aber die machen kein damage warum aufpassen mit dem schwert nicht das was verlieren das wäre natürlich sehr ärgerlich aber jetzt ist da ein creeper aber die ganzen pfeifen stehen alle in wenig ich mag das mal gar nicht wenn da irgendwie Zombies noch mit rumlaufen ne beim creeper oder gerade so skelett die sind natürlich richtig nervig war hier nicht nur eine spinne nö die ist tot nein das sind zwei oh nö oh jetzt gehts aber los hier ne ok ok das hat sich nicht so enthiert aber dann sind wir die da hinten nochmal los können wir die jetzt etwas besser anlocken da unten ist einer ok er hat uns gesehen er kommt hallöchen hallo juhu juhi oder unten sind noch zwei oder habe ich mich fair guckt nie einer ach ist aber auch schlecht so ne auf der geraden ist das immer ein bisschen besser der Angriff ok also elf noch dann habe ich meinen soll erreicht dann würde ich sagen okay ich bin mehr oder weniger zufrieden was ist da unten für die Party wir müssen was essen 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 so hey was ist mit den Spinnen los haben wir irgendeine Verzauberung drauf die Spinnen leichter besiegt oder unten den creeper hier zum beispiel könnte man ja jetzt ganz gut wenn man äh hinten frei hat ich hab frei könnte man ganz gut von hier hinten den das oh siehste und ein noch ne sehr gut was wo ist er denn die Musik ist super dazu ich wollte jetzt nicht die Playlist ändern dafür ok acht noch ne gar nicht war neun mh 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 m Ja, brauchte wohl doch ein bisschen mehr. Aha. Ui. 17. Auf die Füße, Junge. Nein. Jetzt kriegen wir nicht so viel raus. Na egal, ich glaube, das schaffen wir mit unserem Soll. Es ist nicht viel, könnte natürlich deutlich mehr sein, aber ich bin da schon zufrieden mit. Oh, erst was essen. Warte, ich esse ja gerade. XP kriegen wir auch ganz gute. Wir gehen auf jeden Fall gleich runter. Verzaubern noch ein Büchlein. So, ich würde jetzt gerne noch ein Creeper erwischen. Okay, wir haben... Gliedfüßere. Ich glaube, das bedeutet, dass Spinnen schneller getötet werden können. Das ist ja an sich gar nicht so schlecht. Hallo, ich will noch ein Creeper erwischen. Oh, Mann. Da hinten ist auch ein Creeper. Sehr gut. Nein, 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 nein. Okay, da hinten war ein Creeper. Toll. Naja, 18. Immerhin. Ist doch immerhin etwas, oder? Also, Spinnen lassen sich echt... Oh, da oben ist einer. Du bist meins. Komm her. Du bist meins. Ich mag das gar nicht. Lucario. Ich mag das nicht mit dem Schild. Ich hasse Schilder in Minecraft. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es mehr als Fußpilz, Junge. Ich hasse es, hier mit dem Schild rumzulaufen. Weil Lucario schreibt nämlich gerade, wie wärst du mal mit einem Schild? René Garn. Ich grüße dich, René Garn. 74. Hallo? René Garn. René Garn. René Garn. Auch gut. René Garn. René Garn. Man muss es wirklich aussprechen. Ansonsten heißt es hier nachher, ist sicherer. Ja, das ist richtig. Das stimmt schon. Danke fürs Folgen. Oh, Sand haben wir jetzt aber auch nicht mehr so viel. Okay, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Sechs Stück. Obwohl, jetzt haben wir 14. Aber wir machen so lange, bis wir einen Stack haben. Und dann machen wir erst Action unten. Oder wenigstens 32 oder keine Ahnung. So, das ist hier rein. Okay, hier haben wir noch ein paar Augen. Da haben wir gar nicht so viele von. Ein bisschen was kann man ja auch hier lassen. Und Dings. Knochen. Okay, dann gehen wir mal runter. Verzaubern wir mal ein bisschen was. Also was heißt ein bisschen was? Ein Buch. Ich hoffe ja immer, dass wir hier unten einen Schleim sitzen haben. Aber es ist ja schon dreimal, glaube ich. Drei oder viermal vorgekommen. Naja. So, hier müssen wir den Boden auch unbedingt packen. Können wir beim nächsten Mal machen. Wenn ich dran denke. Hier ist noch ein Buch. So, was kriegen wir denn da schon was? Rückstoß 2. Das ist für Schwert gedacht. Schärfe. Die Rückstoß 2. Das würde jetzt aber nur auf Dings gehen. Sog 3. Was ist denn Sog 3? Was ist denn das? Lucario. Was ist das? Was ist ein Sog 3? Schusssicherer. Aha. Okay. Sog 3. Nie gehört. Rückstoß. Haben wir irgendwo Rückstoß schon? Und... Sog ist eben... Okay. Rückstoß alleine. Haben wir irgendwo Rückstoß alleine? Ah, für den Dreizack. Ah, okay. Oh, hier ist ja auch noch ein bisschen weit. Na gut, okay. Dann machen wir das Schwert jetzt nochmal Heile. Äh, da... Ne, da haben wir noch was. Äh, Schwert. Ja, ist Dankeschön. Ach, sagt er. Ach, was ach. So, ihr Lieben. Wir haben das. Als nächstes machen wir hier unten, ne? Da stelle ich mich gleich mal hin. Ich gehe runter. Denn wissen wir es? Dass ich, äh, den Boden machen will. Dann machen wir da den Boden. Hier die Wände haben wir ja soweit fertig, ne? Und vielleicht können wir ja auch die Tür machen. Wenn du bei Gewitter mit einem... Mit einem mit Sogfett zauberten Dreizeck nach oben wirfst, fliegst du. Ah, okay. Wenn du beim Gewitter mit einem Sogfett... Ach, guck an. Okay, Gewitter ist jetzt nicht so oft in Minecraft. Das ist halt ein bisschen doof dann. Na gut, ihr Lieben bei YouTube. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, beim nächsten Mal geht das ein bisschen besser mit dem Sprechen. Ähm. Dünn ist das hier vielleicht nicht mehr so leer. Momentan ist ja halt einfach nur mein PC drin. Zwei Fernseher. Zwei Monitore. Ein Wäschelständer. Ich dachte, der hilft ein bisschen was, aber leider nicht. Ja, und sonst nur Werkzeug. Ja, oder bei Regen. Ah, okay, okay. Ja, mal gucken. Na gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir hier endlich den Fußboden. Macht's gut. Für Sie. Tschüss. Ciao.